Ganz ehrlich? Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Farquhar Primal in der Steinzeit. Mein Name ist der Ed von Edgaming.tv. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ja, beim letzten Mal haben wir dieses Lager angegriffen, also die Mission für Tenetier den Schamanen gestartet. Und wir sollen das Lager hier abfackeln. Und das versuchen wir jetzt gerade. Mehr oder weniger. Hat noch nicht so gut geklappt, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber mal schauen. Auf jeden Fall jede Menge Gegner. Ach komm ey, ich brauche immer so lange bis zum... Ich brauche leider immer so lange bis zum... bis ich ziele. Aber ich brauche echt mal mal einen anderen Bogen, ey. Nicht gerade glorreiche Kills. Aber egal. Was soll's. So, lass brennen. Na komm, hör auf. Du sollst dich ja nicht selber verbrennen. Irgendwo sind hier auch lauter Bündel in den Bäumen oder so. Kann ich noch nicht... ...sehen. Wo ist es denn? Okay, das können wir auch abfackeln. Ach Gott, wo kommst du denn her? Zack. Oh ja. Okay, weg, 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 weg. Ich kriegst du ordentlich einen auf dem... ...Haufen Mütze. Ich frag mich ja die ganze Zeit, wo mein blödes Vieh ist. Mann, 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 Mann. Da kommen noch welche. Alter, ey. Was wollt ihr alle von mir? Verpisst euch. Ich hab so das Gefühl, das sind so eine Art Kampf-Amazonen oder sowas. Keine Ahnung. Echt übel. Die Typis. Ah, da hinten kommen wieder welche. Oh, zwei auf einen Streich. Geile Nummer. Gleich mal was herstellen hier. Alter. Der hat aber gut reingeknüppelt. Der Boy. So, als erstes herrscht erstmal Ruhe. Okay. Jetzt müssten wir es gleich abgefackelt haben. So viele Beutel hier und ich weiß nicht, wo die alle sind. Na, wie schaut's aus? Ah, scheiße. Ich brenne. Wo kommen die alle her? Hallo, hallo, hallo. Ach, das sind Freunde. Okay, cool. Was ist denn jetzt los? Komm. Okay. Scheint ja gut gelaufen. Oh, was ist das denn hier? Interessant. Na, wir gucken mal. Wo ist er denn? Tensei der Schamane. Na, komm. Haben wir ja gut auseinandergenommen. Oh, oh. Nicht gut. Wenn. Oh, oh, oh. O, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Ach du! Alter. Äh, die Beste kann dir nicht folgen? Ja, und wie... Ah, okay, Wasser. Wasser ist gut. Lass mal gucken, ob wir hier was finden. Kommen wir hier irgendwo raus? Irgendwo muss es doch einen Weg geben. Ich gucke mal, ob wir hier irgendwo unter Wasser da sind. Na warte, das gibt Rache. Dumm nur, dass wir schwimmen können, ne? Verlasse das Lager. Okay. Verlasse das Lager. Wartet mal, wartet mal. Wo müssen wir denn hin? Machen wir doch wieder denselben Weg zurück, ne? Würde ich mal behaupten. Einfach ab durchs Wasser. Na komm, gib Gas. Wenn wir nicht ersaufen wollen, schwimmen schneller. Naja. Naja. Von mir aus doch. Wir nehmen denselben Weg zurück. Aber einmal kann er schwimmen wie ein Weltmeister. So, zack. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind, aber ich mach das einfach mal so. Das schien für mich hier der schnellste Weg zu sein. Jetzt, ich kehre zum Dorf zurück. Okay. Alter, dramatisch pur. Erfolg haben wir auch noch freigeschaltet. Oh, ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Die war wohl auch damals. Ich hatte das, was ich nochmals gemacht. Und was warst du? Ich habe mich so geholfen. Ich habe mich zurück. Das war ich. Das war's für mich. Ich werde mich liebben. Ich habe mich noch nicht geholfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay. Äh, was haben wir denn hier? Uki, der Denker. Okay, da könnten wir auch mal noch was machen. Haben wir ja noch ein bisschen was vor uns. Mal gucken, ob wir hier was ausbauen können. Ne, den können wir nicht ausbauen. Gucken wir mal, was wir hier machen können. Wie sieht es hier aus? Ja, wunderbar. Sehr schön. Haben wir auch ausgebessert. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken, was wir? Bussashwara, Hassars. Paffi. Ja, Sushulhaen, Purbana. Usapaja. Usapaja. voll strange ich finde die größte Angst der Isila, okay? schnell laufen ist nicht da ist das abgefuckte krass, okay sehr heftig Alter, so einen Schuss hätte ich gerne ganz ehrlich Alter, so einen Schuss Alter, so einen Schuss hier ich bin der Nummer, okay Ja, komm. Alter, ist das heftig. Aber hammergeil. Oh, das ist das heftig. Wahnsinn. Okay, wo ist der Letzte? Irgendwo ist noch was. Wo ist denn noch einer? Achso, hier. Ja, wo ist denn noch was? Und jetzt? Ja, wo ist denn noch was? Ich bin mir nicht. Ich bin aber nicht. Ich bin mir nicht. Was ist das? Sorry, wenn ich gerade ein bisschen ruhiger bin. Aber ich finde das gerade hier sehr, sehr, sehr interessant gemacht. Jetzt suche ich diesen komischen Mond. Ich weiß gerade nicht, wo der Mond sein soll. Kann ich mich heilen? Zerstöre den Mond, ja. Alles super. Okay. Wir sollen also wirklich direkt auf den Mond schießen. Wo sind sie denn? Das geht jetzt mir aber auf den Puffer hier. Ah, komm schon. Oh, wo sind die denn? Ey, das ist so... Gottes Willen. Gott. Was für eine abgefuckte Scheiße. Aber den Bogen hätte ich gerne. Der ist ja der absolute Burner. Der ist ja der Bogen. 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 gewesen. Leck mich am Arsch. Nicht schlecht. Echt böse. Aber okay. Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um für heute Schluss zu machen. Beim nächsten Mal versuchen wir natürlich der ganzen Sache weiter auf den Grund zu gehen. Mal gucken, was wir denn da hier so Feines noch rausfinden. Diverse Missionen sind ja noch da. So ist es ja nicht. Also hier wird es noch ordentlich was geben. Ja. Und ich sage mal für heute, ich bin raus. Denkt ans Feedback, ans Däumchen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst doch ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge von Far Cry Primal. Ich bin raus. Euer Ed von Edgaming.tv. Bye bye. Far Cry Primal. 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 Untertitelung. BR 2018